MEINCRAFT Das schaffe ich doch niemals im Leben. Natürlich habe ich auch nur eine Lebenserwartung von drei Jahren, weil ich mit einem Jahr angefangen habe zu rauchen, aber das ist Nebensache. Ach, komm. Es ist einfach nicht mehr schön. Nee. 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 Einfach nicht mehr schön. Wo? Musst du denn nach oben entspringen? Ach, da raus. Im Wesentlichen ist die Musik schön entspannt. Dazu kann man ja nichts anmerken. Abgesehen von dem hier. Ich meinte eigentlich, das kann man nicht anmeckern. Kommt ja fast das gleiche dabei raus, ne? Ich bin doch ein bisschen verarschen hier. Ah, funktioniert doch. Ein bisschen Ruhe und Gelassenheit klappt das allemal. Wisst ihr, ich springe gerade so, bin kurz davor darauf zu landen und dann... Peng. Geht einfach weg. Die Frage ist, wie soll ich danach noch auf die Leiter raufkommen? Hm. Hm. Jetzt hier irgendwie bin ich gerade total unmotiviert, das hier zu machen. Ich weiß nicht, wieso. Ich hab Lust aufzunehmen, aber... Keine Lust hier zu springen. Vielleicht was anderes aufnehmen sollen, ne? Vielleicht mach ich aber auch kurz zehn hier. Oh, ich habe es geschafft. Wie schwierig. Du kannst das mal aufnehmen. Das war mein erstes Laufkauf gemacht zu an der Redstone-Stage. Du hast erzielt. Ich hoffe, du thürelst. Nein. Congratulations, du hast Stu. Schwunging 6. Diamantenkreibe uns natürlich. Gibt es überhaupt noch mehr Stages? Wie mehreren ist es? Ja. die musik ist auch wieder schön aber auch laut ach ja ich hab ja ja noch ein wenig vom letzten part kein zaun da stand ja von hier war noch aus dem geschilder wo das alles war area 2 ich glaube es gibt gar keine stage 7 im moment habe ich denn auch wirklich stage 6 geschafft oder war das stage 5 bevor ich hier noch irgendwas falsch mache na gerade erst nachgucken nachgucken in der tatsch in der tatsch hat so ein bisschen schwulen tatsch nein ich glaube das war schon alles gerade wenn man keine lust mehr zu springen dann ist mir auch vorbei gut hier das hier war stage 1 und keine ahnung was was war na gut das bleibt mir da noch großartig anders zu sagen als ich hoffe es hat euch gefallen und sie sehen uns auch beim nächsten mal wenn es heißt let's play minecraft adventure map haut rein ja Häh, 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 häh.